Musik Dass alle Kinder und alle Eltern das Konzept des Online-Trainings gut angenommen haben. Dass die meisten Mitglieder bei uns geblieben sind, uns weiter die Treue halten. Dass alle trotzdem Lust auf Bewegung haben. Dass wir vor und auch während der Pandemie trotzdem Erfolge hatten. Dass wir wieder aktiv werden können, dass wir die Kinder motivieren. Dass ich irgendwie etwas zu tun habe und was verändern kann. Untertitelung. BR 2018